Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 460. Soweit haben wir es schon geschafft. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Basti. Gude und Grüße. Der Duke. Ja, servus, hallo. Und die Patricia. Hallo. René, ganz kurz, wir müssen auch immer Dennis dazu sagen. Ich glaube, es gibt Hörer, die seit ein paar Monaten vielleicht neu dabei sind, die wirklich denken, dass Dennis Duke heißt. Ist dem nicht so? Der Pass ist noch nicht umgeschrieben. Nein, da müssen wir nochmal drauf achten, das passt. Dennis, ihr dürft mich auch Dennis nennen. Ich meine, immerhin ist Dennis der Einzige oder Duke der Einzige, der hier seine eigene Hymne hat. Oh ja, stimmt. Die wir auch schon lange nicht mehr gehört haben. Wir stellen hiermit die Anforderungen nach ganz vielen Umwelttipps. Spätestens Anfang des neuen Jahres wollen wir ganz viele Umwelttipps von dir haben. 2022 wird das Umweltjahr. Wenn das Umweltjahr, genau. Genau, so ist der Plan. Sehr gut. Dann haben wir schon Sendungstitel für heute. Hervorragend. Ja, bevor wir gleich dazu kommen, um hier über Fußball zu sprechen, und da ist ja wunderbarer Fußball gespielt worden an den vergangenen beiden Spieltagen. Vielleicht sogar von der Eintracht, wir werden gleich darüber sprechen. Müssen wir ganz viel Danke sagen. Ich habe mich dazu entschlossen, jetzt keine einzelnen Namen rauszuziehen, sondern mich einfach allgemein bei allen, die uns in diesem Jahre 2021 trotz der für den ein oder anderen schwierigen, ganz schwierigen oder total schwierigen Situationen weiterhin unterstützt haben. Ganz, ganz viel Danke zu sagen. Wir haben super viele Downloads bekommen. Wir haben super viel freundliches Feedback auf die Folgen bekommen. Ihr habt uns super finanziell auch in diesem Jahr wieder unterstützt und helft damit mit, dass wir Woche für Woche hier über das reden können, was uns allen so viel Spaß macht, nämlich die Eintracht. Also meistens Spaß, manchmal auch nicht. Kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Von daher ganz, ganz vielen Dank da draußen. Ohne euch wäre ganz viel von dem, was wir in den letzten Jahren gemacht haben und ganz explizit in diesem Jahr einfach nicht möglich gewesen. So, das muss an dieser Stelle gesagt werden. Und jetzt reden wir über Fußball und über die Eintracht und über die vergangenen zwei Spieltage. Wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, am heutigen Donnerstag aufzunehmen und müssen deswegen über zwei wunderbare Eintracht-Spiele sprechen. Und wir fangen mal so ein bisschen hinten an mit dem Spiel gegen Leverkusen. Die Eintracht bringt sich unglücklich dahin, 0 zu 2 gegen Leverkusen zurückzuliegen. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat in dem Moment gedacht, das war es, wenn jetzt hier noch ein Tor fällt oder zwei, dann mache ich die Kiste aus oder gehe nach Hause, Basti. Du warst ja glaube ich sogar im Stadion. Wer hat daran geglaubt, dass die Eintracht dieses 0 zu 2 an dieser Stelle noch dreht? Keiner. Gut. Aber sie hat es gedreht. Am Ende 1-5-2. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es seit Jahren das erste Mal, dass die Eintracht einen 0-2-Rückstand gedreht hat. Und was waren da für wunderbare Tore dabei, gerade dann nachher von So, Jarkic und Endika. Wie glücklich seid ihr dann am Ende, dass dieses Spiel so ausgegangen ist? Dennis, fang du doch vielleicht mal an. Okay. Also ich musste wirklich sagen, das war natürlich ein Riesenmoment. Diese geile Aufholjagd. Du sagst es, die Tore waren natürlich jetzt auch wirklich ansehnlich und nicht irgendwie reingegaukelt. Nein, super zufrieden, genial. Da war natürlich Partystimmung angesagt. Ich hätte es tatsächlich nicht gedacht, gerade weil Leverkusen ja auch nicht gerade schlecht dastand vor dem Spieltag, glaube ich, auch Dritter gewesen, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Also muss man schon sagen, dann kriegst du diese zwei Dinge nach 20 Minuten stets 2-0, muss man sagen. Also die Hoffnung ist immer da, weil die Eintracht ein Mentalitätsmonster ist. Das haben wir ja die Spiele immer gesehen, dass du auch in der Nachspielzeit noch Tore gemacht hast und so weiter. Aber trotzdem, also dass das am Ende 5-2 ausgeht, super. Nur Jubelstimmung und dann noch, wie es auch gespielt wurde. Das gibt mir einfach Hoffnung für die nächsten Spiele. Und ja, Spoiler-Alarm, das nächste Spiel lief ja auch dann zumindest erfolgreich für uns. War ganz okay, das nicht so viel. Basti, Gerüchte behaupten, du wolltest nach dem 0-2 eigentlich nach Hause gehen, oder? Ja, tatsächlich. Aber man sollte es mir verzeihen. Eigentlich bin ich kein Stadion nach Hause gehe, aber ich kam aus Istanbul, habe meine Koffer ins Zimmer geschmissen. Es kam ein bisschen nass im Stadion an, es war eiskalt. Ich habe noch echt unfassbar viel zu tun, weil es ja am Sonntag war und am Montag ging es quasi schon wieder von vorne alles los. Ich weiß nicht, ob ich wirklich gegangen wäre. Ich sage mal so, ich habe zumindest mit dem Gedanken gespielt, zu sagen, Alter, warum sitze ich hier? Ich habe es eher bereut, da überhaupt hingefahren zu sein, sagen wir es mal so. Weil momentan ist es ja auch nicht so, dass man sagen kann, ins Stadion ins Stadion, sondern die Zuschauerzahl hat sich ja jetzt auch wieder reduziert. Das heißt, das ist jetzt auch nicht das unfassbare Erlebnis. Ich habe mich mit Dominik gefühlt, als wären wir beim FSV gewesen oder so. Aber die spielerische Qualität auf dem Platz war natürlich viel, viel besser als beim FSV. Und du hast es schon gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass das auf diese Art und Weise passiert, dass es überhaupt passiert. Und war am Ende unfassbar froh, dass ich dort war, weil ich diese Tore quasi live sehen konnte. Unter anderem die von Jakic und So am Ende auch noch auf unsere Kurve, wo ich dann gesessen habe. Also Kurve in Anführungszeichen. Wahnsinn. Also ich bin einigermaßen sprachlos und fassungslos aus diesem Stadion gegangen, weil ich der Eintracht natürlich zugetraut habe, dass sie eine Entwicklung gemacht hat. Besser als die letzten Wochen zu spielen, aber dass die dann so eine Halbzeit abbrennen, muss ich sagen, hätte ich niemals gedacht. Und das hat ja eigentlich in der ersten Halbzeit schon ein bisschen angefangen, als So diesen geilen Pass auf Lindstrom spielt und du da gehst und dann diese drei Tore in der zweiten Halbzeit. Also ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das bewerten soll, weil es kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Es wäre das letzte Spiel gewesen, wo ich gemeckert hätte, weil ich an meinem eigenen Körper gespürt habe, wie schwer diese Doppelbelastung ist zu sagen, am Donnerstag noch in Istanbul, am Sonntag schon wieder hier. Wie hätte ich dann der Mannschaft böse sein können, wenn jetzt irgendwann mal die Körner ausgehen, aber scheinbar gehen die nicht aus. Ich frage mich, wo die die immer hernehmen. Ich meine, wie oft redet man darüber, dass mittelmäßige Mannschaften, was die Eintracht ja eigentlich jetzt im Gesamtverbund Bundesliga eigentlich sein könnte, wenn die in den Robberpokal kommen, dass du irgendwann dann Körner lässt wegen dem Robberpokal? Passiert überhaupt nicht, obwohl die jede Woche gefühlt mit sehr ähnlichen Aufstellungen spielen. Ja, zu dem Thema Laufbereitschaft und Kondition sind ja sowohl, ich glaube, Sow als auch der Trainer, also Oliver Klasner, im Nachhinein bei den Interviews befragt worden. Und sie haben beide gesagt, dass sie eine sehr konzentrierte und darauf ausgerichtete Vorbereitung hatten, was sich ja jetzt so ein bisschen wohl zeigt, weil, wie du schon gesagt hast, sie sind halt einfach konsequent durchgelaufen mit nahezu den gleichen Spielern, die ja auch am vergangenen Donnerstag dann in der Euroleague gespielt haben. Ich glaube, der einzige Unterschied müsste Hinteregger gewesen sein. Nee, Hauge hat von Anfang an ja gespielt. Nee, Hauge wurde eingewechselt und muss dann wieder ausgerichtet werden. Nein, Dacosta und Hinteregger. Dacosta und Hinteregger waren neu mit drin, genau. Das waren ja die einzigen beiden großen Änderungen. Ansonsten hat er quasi auch gerade in der Offensive die gleiche Mannschaft gespielt. Ich meine gut, dass man von Kostic weiß, dass der einfach drei Wochen durchlaufen kann und immer noch nicht viel passiert, ist ja vollkommen klar. Aber was die anderen da einfach läuferisch dann auch mitgemacht haben, auch gerade mit Blick drauf, dass Leverkusen ja auch sehr viele schnelle Spiele hat und die ja auch viel über die Außen unterwegs waren. Und da gab es ja auch die eine oder andere Situation, wo dann wirklich die komplette Offensivmannschaft im Vollsprint nach hinten gelaufen ist, um wieder vor den Ball zu kommen. Das war halt echt großartig, was da einfach geleistet worden ist. Und am Ende hätte man vielleicht sogar noch ein paar Tore mehr machen können. Es waren auf jeden Fall noch ein paar eindeutige Torchancen mit dabei. Patricia, wie ging es dir denn nach dem Spiel? Dich habe ich noch gar nicht dazu gehört. Ja, ihr habt das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ich habe da auch sehr großen Respekt vor, was da geleistet wurde. Vor allem, man überlegt sich, man liegt nach knapp 20 Minuten 2-0 hinten und dann nochmal so zurückzukommen und nicht nur irgendwie, ach ja, wir haben es jetzt irgendwie noch geschafft, den Ausgleich zu machen, womit ich wahrscheinlich letztendlich komplett zufrieden gewesen wäre, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte. Nee, dass du dann 5-2 gegen Leverkusen gewinnst. Klar ist es bekannt, Leverkusen steht hinten jetzt auch nicht besonders stabil, aber trotzdem musst du erst mal nach so einer Woche 5 Tore machen, nachdem du 2-0 hinten liegst. Basti hat es gesagt, beschissenes Wetter ist auch nicht so geil. Und was mich auch nachhaltig beeindruckt hat, ist, dass dann trotzdem noch kurz vor Schluss Indica diesen Ball von der Linie klärt mit einem Fallrückzieher, wo ich mir denke, du führst 5-2. Es wäre jetzt wahrscheinlich auch gar nicht tragisch, wenn da jetzt noch ein Tor reingekullert wäre. Natürlich willst du keins kassieren, aber halt mit was für einem Willen bis zur letzten Minute da noch gekämpft wurde nach so einer Woche, hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Und dass da auch wirklich jeder mitgegangen ist bis zum Schluss, ja, war schon sehr schön und hat mich auch ehrlich gesagt gut mitgerissen, so das Spiel. Also ich habe dann auch, wir gucken ja dann gleich auch noch aufs nächste Spiel, schon so ein bisschen Bock bekommen, aber gleichzeitig auch ein bisschen Angst, dass das jetzt eben dieses Freak-Spiel war und man dann irgendwie zu viel erwartet vom darauffolgenden Spiel. Kann ich verstehen. Wir hatten ja im Vorfeld in der letzten Woche gesehen, dass wir, oder gesagt, dass wir am Ende mit vier Punkten in der Woche rechnen, einem Sieg, einem Unentschieden und eins geht halt irgendwie nach hinten los. Wir waren uns bislang alle ziemlich sicher, dass Mainz das ist, was nach hinten losgeht und hatten aber in den beiden Spielen jetzt nicht mit den vollen sechs Punkten gerechnet. Und daher kann ich schon den Ansatz von dir verstehen zu sagen, okay, wenn das jetzt das war, was da jetzt so ausufert, dann müssen die anderen beiden einfach irgendwie so ein bisschen Grütze werden. Ja, aber ganz kurz noch als Ergänzung dazu, was mir besonders gefallen hat, war, dass das alles auch fair gelaufen ist. Normalerweise heißt es ja immer, ach, die Eintracht hat dann wieder hier die Stollen ausgepackt, hat alles kaputt getreten und dadurch ist Leverkusen dann nicht mehr ins Spiel gekommen. Und ich habe gerade nochmal geguckt, wir haben nicht eine gelbe Karte bekommen in dem Spiel. Und es haben wir im nächsten Spiel nachgeholt. Ja, gut, da kommen wir ja gleich nochmal zu, was da so ein bisschen blöd gelaufen ist. Nein, aber es zeigt einfach, wir haben es mit fairen Mitteln, mit wirklicher technischer Versiertheit, die Bälle waren wirklich gut gespielt. Ja, es ist wirklich, ich habe auch ein bisschen Angst. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so ein Spiel dann gerade auch in so einer wichtigen Situation eigentlich dann hinbekommen, weil der Kopf spielt ja dann schon eine Rolle. Es ging ja darum, man musste dich wieder nach unten orientieren, oh, die anderen unten gewinnen, du musst eigentlich nachziehen, was ist los? Und dann so eine Leistung abzuziehen, wirklich super cool, klasse, freue ich mich total. Und wie gesagt, auch diesen Ruf jetzt nicht wieder zu haben, ah, da packen sie wieder die Stollen aus und damit kann so eine Mannschaft wie Leverkusen dann nicht arbeiten. Dadurch hat die Eintracht vielleicht glücklich gewonnen. Nein, nicht nur glücklich gewonnen, 5-2 am Ende. Und das ist auch völlig fair und spielerisch, hat mir sehr gut gefallen. Weil du gerade das gesagt hast mit dem Nachdenken, ich glaube, da war an der Stelle auch wichtig, dass der Anschlusstreffer von Tutor nach der Ecke so unmittelbar nach dem 0-2 gefallen ist, sodass du da gar nicht großartig in diese Verlegenheit gekommen bist, jetzt genau das zu machen, nämlich darüber nachzudenken, ach Mist, was bedeutet das jetzt, wie ist die Tabellenkonstellation, wie kommen wir da wieder raus und du hast halt direkt den Anschlusstreffer gemacht und hast gemerkt, so scheiße, hier geht dann doch noch was, Attacke. Und dann bist du eben nicht mehr in diese Denkspirale dann da reingekommen. Ich glaube, das war an der Stelle auch ein ganz großer Benefit, dass wir so schnell den Ausgleich, oder den Anschlusstreffer war es ja nicht, Ausgleich, Entschuldigung, gemacht haben. Nein, aber völlig richtig, ja, denke ich auch. Mich hat es auch doppelt gefreut, weil ich habe in meiner Kickbase-Mannschaft Indika, So, Jarkic, Lindström und Bore. Ganz einfach. Das ist tatsächlich eine gute Auswahl für dieses Spiel gewesen. Ja, war vor dem Spieltag Achter in unserer Zehnergruppe und habe am Ende den Spieltagssieg geholt. Von daher hat es mich doppelt gefreut. Indika und Jarkic habe ich auch, also war ganz gut. Aber auch nochmal dazu, was ich auch krass fand, war dieser Mix, wie diese ganzen Tore auch entstanden sind. Also mir hat es ganz gut gefallen, dass man sowohl Standardsituationen nutzen konnte, ich glaube, zwei Tore waren nach Ecke. Dann hast du auch ein richtig schönes Kombinationsspiel gezeigt beim 2-2. Also hier dieser Pass von Soho auf Lindström, aber davor war auch Hinti auf Bore, der den so abtropfen lassen hat. Und dann noch, wie diese Tore auch geschossen wurden, also mit was für einem Willen hier die Direktannahmen von Lindström und Jarkic. Also das war erstens technisch gut und zweitens aber auch, dass sie dieses Vertrauen in sich selbst haben. So ich nehme den jetzt so und baller den aufs Tor und weiß nicht, diese ganze Gemengelage, dass das alles so zusammen geht. Also hier Technik und Willen und Kampf und Standardsituationen, die auch klappen. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und ja, das alles ohne Stoßstürmer noch. Muss man auch noch sagen, falls da noch was kommt, kann das ja sogar noch besser werden. Aber es freut mich erst mal, dass man diese Situation auch zu umgehen weiß. Man weiß jetzt, okay, wir haben keinen funktionierenden Mittelstürmer aktuell, aber trotzdem gibt es Möglichkeiten, Tore zu machen. Und wenn es die Innenverteidiger sind, die dann nach Ecken Tore machen, das ist halt vollkommen egal. Hauptsache jemand macht die vorne rein. Ja, das fand ich auch sehr gut, dass man da jetzt geschafft hat, diese zweiten Bälle sich zu erarbeiten. Nicht wieder nach so einer Standardsituation irgendwie blöd den Ball zu verlieren und dann in den Konter rein zu laufen, sondern sich auch den zweiten Ball zu erkämpfen und dann halt damit auch direkt wieder gefährliche Chancen zu kreieren. Und man möge bitte auch das 5 zu 2 von So nicht vergessen, der dann einfach diesen mit dem Innenriss, diesen Schuss da ins lange Eck mit einer Selbstsicherheit schießt. Das ist auch großartig gewesen. Ja. Ja, damit war der 15. Spieltag rum und dann ging es ja jetzt Dienstag, Mittwoch direkt weiter mit dem 16. Spieltag. Und nachdem, wie Patricia sagte, man das Gefühl hatte, am Sonntag wäre das Fliegspiel gewesen und dann musste man jetzt auch noch unter der Woche gegen den Ex-Übungsleiter ran, gegen Gladbach und lag da ja dann auch wieder schnell zurück und dann ging es ja immer so im Hin und Her und am Ende gewinnt die Eintracht 3 zu 2. Bleiben wir da jetzt vielleicht mal ein bisschen noch bei der Entstehung der einzelnen Tore. Das 1-0 für Gladbach fällt unwahrscheinlich schnell in der, ich glaube, sechsten Minute, fünfte oder sechste Minute. Also ich hatte in dem Moment eigentlich schon gedacht, okay, das geht jetzt so ein bisschen echt nach hinten los, weil es machte so wieder den Eindruck, die Eintracht ist Aufbaugegner gegen Gladbacher, die gerade so ein bisschen in der Krise sind. Du kriegst früh irgendwie das Tor, du bist nicht richtig auf dem Platz. Also ich hatte da wenig Selbstvertrauen in dem Moment. Bin ich da alleine mit oder war das bei euch anders? Basti, mach du mal doch mal. Ja, ich glaube, so ein bisschen war es ein Mix aus. Was Patricia gesagt hat, was wir im Leverkusenspiel alles gesehen haben, das kann man ja dann trotzdem so schnell nicht vergessen. Und ich habe es denen in dem Moment dann auch zugetraut. Allerdings hat man natürlich dann auch den Eintracht-Fan in sich drin, der genau weiß, okay, so und so kann es auch ausgehen und Hoffenheim ist halt auch noch nicht so unfassbar lange her. Also ich war sehr unsicher, was da passiert. Ich habe, glaube ich, aus Selbstschutz dann natürlich gedacht, das wird sowieso nichts. Und die erste Halbzeit hat mich dann noch ehrlich gesagt bestätigt. Die Eintracht war meiner Meinung nach eigentlich in der Lage, so ein bisschen Feldüberlegenheit zu haben. Also es sah für mich so aus, Gladbach war bemüht, aber die haben auch viel Sand im Getriebe gehabt. Die haben ständig irgendwie Balance-Seiten ausgeschossen, unbedrängt. Und die waren, du hast denen angemerkt, dass die verunsichert sind. Der Eintracht konnte das situativ nutzen, aber irgendwie nicht so zwingend so. Und dann ist diese Halbzeit so ein bisschen eingeschlafen und dann plötzlich fällt dieses Tor, wo ich gar nicht gejubelt habe, weil ich glaube, ähnlich wie Boree selber auch, ich gedacht habe, es war abseits. So, warum jubelt der nicht? Ich habe die ganze Zeit geguckt, was ist denn? Was ist denn mit dem Jubel nochmal? Hallo? Alle um den rum jubeln, der macht gar nichts. Ich war völlig irgendwie durcheinander. Ja, aber dann hast du halt trotzdem dieses 1-1 und denkst, hm, jetzt wird es halt nochmal heiß. Aber dann war ich Gott sei Dank nicht, also ich wusste Gott sei Dank nicht, was in der 2. Nein, 2. passiert, weil das war, also boah. Während ich gesagt habe, Leverkusen war damit das geilste Spiel. Weil man da wirklich dann nach der 2-0 gar nichts erwartet hat, war Gladbach die zweite Halbzeit, die anstrengendste Halbzeit dieses Jahr für als Fan. Weil da war halt wirklich alles drin. Gladbach war ein bisschen dran, die Eintracht macht das Tor, dann fällt ein dummer Elfmeter aus. Gleich, du machst das 3-2 direkt, du kriegst aber trotzdem eine rote Karte, wo du davon ausgehen musst, boah, ob die das jetzt durchhalten. Ganz am Ende pfeift der Schiri nicht ab, gibt Gladbach keine rote Karte, wo ich denke, was ist denn das, Alter? Also du hast sehr, sehr, sehr viele verschiedene Emotionen von Wut, Angst, Hoffnung und ganz am Ende wieder Freude da drin gehabt, wo ich nach dem Spiel war, ich fix und fertig, muss ich sagen. Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Vielleicht noch zwei wichtige Punkte in der ersten Hälfte. Jakic musste in der 28. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden, hatte ja gegen Gladbach schon einen Schlag auf den Oberschenkel, glaube ich, bekommen und war so ein bisschen fraglich und musste eben jetzt dann in der 28. Minute raus. Dafür kam Rode rein, wo man jetzt auch nicht so genau wusste, wie fit der jetzt tatsächlich ist, hat aber ja am Ende durchgespielt. Und dann gab es eben ja auch in der ersten Hälfte, weil Dennis gerade eben beim Leverkusen-Spiel gesagt hat, wenig zwei gelbe Karten bekommen, haben wir in der ersten Hälfte auch noch direkt zwei gelbe Karten bekommen. Einmal für Tutor, die ja später noch interessant wurde und einmal für Bourree. Aber wichtiger Ausgleich kurz vor der Halbzeit, was einem ja auch immer wieder so ein bisschen Selbstvertrauen gibt, merkt so, okay, mir geht dann doch noch was, wichtiger Zeitpunkt, dann fangen vielleicht auch die Gladbacher an, noch mehr drüber nachzudenken, so scheiße, kriegen wir das Ding irgendwie über die Bühne bringen. Dann hast du nochmal so ein bisschen das sprichwörtliche Momentum auf deiner Seite. Und dann rutschte ja die zweite Halbzeit so rein. Lindström macht dann auch wieder ein sensationelles Tor, wie ich finde, zum 2 zu 1. Also der Typ ist gerade echt mega on fire, oder? Überschätze ich ihn da, Patrizio? Nee, ganz gut, muss ich aber einwerfen, bevor du das Tor ihm alleine nur widmest. Da waren Kamala und Indica auch sehr wesentlich dran beteiligt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist ein 33-33-33-Tor. Ja, also die Vorarbeit von Indica war schon, dafür, dass der Kerl Innenverteidiger ist. Der Kibis Innenverteidiger, warum hüpft er überhaupt da rum? Ich wollte gerade sagen, beim 1 zu 1 bis an die Grundlinie durchlaufen und dann einfach mit dieser Selbstverständlichkeit, diesen Pass da in die Mitte zu spielen, das war schon großartig, da gebe ich dir recht. Aber Lindström war die Frage. Ja, also bei mir bist du an der richtigen Stelle, also beziehungsweise an der falschen Stelle, wenn du fragst, ob du ihn überschätzt. Weil ich habe schon den Hype-Train jetzt gestartet, bin schon darauf aufgesprungen. Für mich ist das jetzt, ich habe es schon vor ein paar Wochen gesagt, das ist für mich der Spieler, an dem ich mich jetzt ein bisschen festgebissen habe, der irgendwas hat, was mir gefällt. Und es bestätigt sich aktuell von Woche zu Woche. Klar, das ist ein junger Spieler und vielleicht wird er auch wieder einbrechen, wahrscheinlich sogar, und wird ein paar Spiele machen, in denen er vielleicht mal nicht zu sehen ist. Aber was aktuell da läuft, gefällt mir sehr, sehr gut in sehr vielen Belangen. Und ich habe richtig, richtig Spaß an Lindström und freue mich auch sehr, dass er einschlägt. Auch weil man ja weiß, wir haben den gekauft. Also das ist nicht so ein Leihspieler, der bald wieder weg ist, sondern ja, umso schöner, dass er sich scheinbar recht schnell einfindet, auch in der Bundesliga und da große Fortschritte macht und ja, aktuell auch wichtig für die Mannschaft ist. Ja, und dann kam leider relativ kurz danach, nach diesem 1 zu 2, die Situation zum 2 zu 2 und diesem Elfmeter. Ja, nach dem Leverkusen-Spiel war ich eigentlich sehr von Danny Da Costa wieder überzeugt und habe mich gefragt, okay, warum hat er jetzt in den letzten Spielen nicht gespielt, weil da war er echt super unterwegs, hat viele Offensivaktionen gehabt, war aber auch stabil in der Abwehr. Und du hast in dem Gladbach-Spiel schon gemerkt, so irgendwie so richtig ist das nicht seins. Und dann kommt diese Aktion vor dem 2 zu 2, vor dem Elfmeter, wo er dieses, ich nenne es jetzt mal dämliche Foul da im Strafraum verursacht. Und ich frage mich, warum innerhalb von drei Tagen so zwei krasse unterschiedliche Gesichter von Danny Da Costa, Dennis? Du, ich kann es dir gar nicht, also ich habe das, die Szene nach dem Live-Spiel gestern, habe ich es mir jetzt nicht nochmal angeguckt gehabt. Oder ich hatte zumindest auch, ich hatte einfach heute nicht die Möglichkeit, mich es nochmal anzuschauen. Deshalb kann ich es dir gar nicht sagen. Es war irgendwie am Fuß erwischt, blöde Situation. Ich fand aber, das war eine von vielen Situationen, wo da Costa wirklich ein bisschen planlos wieder unterwegs war. Da waren ein paar Bälle, wo man gedacht hat, meine Güte, warum schlägst du den Ball nicht ins Auße, warum lässt du den nicht einfach ins Aus gehen, sondern wieder zurück ins Spielfeld. Und damit Gladbach wieder, ja, eigentlich in eine gute Position gebracht. Die anderen Spieler hatten auch schon ein bisschen abgeschaltet. Also da können wir wirklich froh sein, dass das nicht dann an verschiedenen anderen Stellen, oder Gladbach es einfach nicht hinbekommen hat, das auszunutzen. Bin voll bei dir, Gladbach. Da Costa ist, jetzt wissen wir, das ist einfach ein Achterbahnspieler wieder. Kannst du nicht darauf setzen, dass der mehrere Spiele am Stück gut macht. Ich fand es schön, dass wir jetzt mal zwei Spiele hintereinander mit derselben Startelf gespielt haben. Muss man mal gucken, ob da Costa tatsächlich jetzt auch im nächsten Spiel wieder spielt. Hatte einfach wieder so viele, so kopflos Situationen. Woran das liegt, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist ja nicht der Einzige. Und auch bei Gladbach war das auch so. Es war so ein Spiel auch der individuellen Fehler oder der individuellen Blackouts. Ich muss sagen, noch wichtig war, der, Basti, du hast es vorhin schon angesprochen, der Schiedsrichter war tendenziell meiner Meinung nach und jetzt mal ohne Eintracht-Brille eher Gladbach zugewandt. Und als diese Szene im Strafraum war, wo da Costa mit, ich weiß nicht wem, so ein bisschen im Clinch hängt und beide fallen nach hinten um, habe ich gedacht, okay, das pfeift der Schiedsrichter jetzt gegen uns, weil heute ist er irgendwie ein bisschen Gladbach gepolt. Da zum Glück ja und auch völlig richtig, dass es dann so nicht gepfiffen wurde. Trotzdem so ein paar Situationen, wo man einfach Angst haben musste, wo man einfach am Ende jetzt doch mit einem riesen Sieg 3-2 gegen Gladbach, ich hätte es wirklich auch an der Stelle wieder nicht gedacht, nachdem wir da wieder in der sechs Minuten schon den Gegentreffer bekommen haben, eh die Situation so ein bisschen, ah, der alte Übungsleiter und so weiter. Es wurde ja auch wieder hochgebauscht. Hütter hat ja teilweise auch fast in die Bank, in die Trainerbank gebissen. Weil er sich so geärgert hat, dass Situationen nicht so gelaufen sind, wie er das wollte. Da siehst du aber, da haben wir alles richtig gemacht. Wenn der Trainer sich von der anderen Seite ärgert, hat es alles für uns zu unseren Gunsten gelaufen. Auch wenn, der Spielverlauf ist meiner Meinung nach sowohl der Schiedsrichter als auch die gelb-rote Karte dann für Tutor, die ja wirklich total dämlich war, plus der Elfmeter, plus, 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 waren so viele Dinge, die eigentlich gegen uns gelaufen sind. Am Ende mit 3-2 da zu gewinnen, geil, genial, absolut zufrieden und auch wieder ein Haken dran. Ich schweige zu Danny Dacosta. Ich habe es nach dem Leverkusen-Spiel schon gesagt, da war ich noch der Einzige. Ja, ich will mich da auch nicht zu sehr drauf einschießen. Wie gesagt, für mich ist die rechte Seite immer noch ein Rätsel, für alle anderen wahrscheinlich auch. Ja, was mich gewundert hatte, beziehungsweise wo ich wirklich Bauchschmerzen hatte, war, als er die gelbe Karte hatte und dann immer noch nicht ausgewechselt. Das habe ich aber auch nicht verstanden. Ich hatte so Angst, ich habe mir gedacht, wir sind gleich doppelt in Unterzahl, das wird nichts mehr. Aber es hat geklappt, also gut. Ja, sind wir mal ehrlich, man hätte sich jetzt auch nicht unbedingt beschweren dürfen, wenn er da anstatt gelb dann auch eine rote bekommen hat, weil die war halt schon, also da mit diesem Rückfallzieher im Innenclinch dann da hinzugehen, um dann dem, Thüram war es, glaube ich, oder war es Plea, ich verwechsel die beiden immer mal wieder. War, glaube ich, über Thüram. Dann den Schlappen da so vor den Kopf zu hauen, also da hat es halt auch schon rot gegeben. Erst recht, wenn du weißt oder bis zu dem Zeitpunkt eigentlich gemerkt hast, dass der Schiedsrichter an dem Tag nicht seinen besten Tag hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass der irgendwie mehr für die eine oder mehr für die andere Mannschaft war. Für mich war er halt einfach kollektiv schlecht an dem Tag. Also er kann sich halt nicht beschweren. Und den Wechsel habe ich halt auch nicht verstanden, ihn dann da drin zu lassen, weil ich auch ähnlich gedacht habe, so da jetzt nochmal so eine blöde Aktion, gerade auch im Strafraum, weil er ja schon diese Aktionen da hatte, wo er dann da in der Abwehrleistung nicht gut aussah. Und dann hast du nachher nicht nur Unterzahl, sondern kriegst halt noch einen Elfmeter gegen dich. Naja, eben, ich hatte irgendwie mehr Angst, dass er einfach irgendein taktisches Foul noch zieht, weil er irgendwie zu spät kommt oder so. Also Stellungsspiel war sowieso an dem Tag nicht so seins. Und ich hatte halt wirklich Angst, aber zum Glück ist alles gut gegangen. Ich wollte es nur kurz nochmal angeführt haben, dass mich das auch nochmal ein paar Jahre meines Lebens wahrscheinlich gekostet hat, die Sorge darum, da noch weiter in eine Unterzahl zu geraten. Ja, in eine Unterzahl zu geraten oder halt am Ende, obwohl du ja eigentlich gut gespielt hast und Gladbach echt am Schwimmen war, dann am Ende dann nur mit einem Punkt irgendwie rauszugehen. Das hätte mich schon echt kolossal... Da kann man sich an der Stelle auch nochmal bei Kevin Trapp bedanken, denke ich. Danke, ich wollte es gerade sagen, ja. Können wir sowieso sehr oft in dieser Saison schon, aber auch in dem Spiel. Also was der da seit der Unterzahl rausgehauen hat wieder. Also Gladbach hat ja schon nochmal richtig gedrückt und wie viele Situationen er noch gerettet hat. Also vielen, vielen Dank. Das hätte auch anders ausgehen können, glaube ich. Ja, war aber ja nicht nur mit der Unterzahl. Also ich erinnere mich da noch an eine Situation, die war, glaube ich, relativ am Anfang der ersten Hälfte, irgendwann in den ersten 20 Minuten, wo es ja auch einen relativ gefährlichen Torschuss von Gladbach gab, wo er ja auch die Arme noch hoch bekommt. Ich sage mal so, wenn der Ball drei Zentimeter höher geschossen wäre, wäre ihm wahrscheinlich über die Hände gerutscht und dann wäre er auch drin gewesen. Also der hat da auch schon seine guten Momente gehabt. Das hat natürlich zum Ende des Spiels, dadurch, dass wir ja auch eigentlich überhaupt keine Entlastung mehr gefunden haben, nachdem ja auch Bure dann raus war und Hasebe dann für Tuta drin war, um dann eben wieder die vollen drei beziehungsweise dann später fünf Mann in der Abwehr zu haben, hast du halt einfach null Entlastung nach vorne hinbekommen und quasi ja immer nur den Ball wild hinten rausgetroschen und quasi den nächsten Gladbacher wieder vor die Füße fallen lassen. Damit hast du einfach viel mehr Aktionen von ihm dann auch erlebt. Aber klar, ihr habt recht, ohne einen überragenden Kevin Trapp an dem Tag wäre das wahrscheinlich am Ende kein Sieg für die Eintracht gewesen. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, der sieht die ganzen letzten Wochen ist das schon überragend. Und das ist nicht nur das, was er als Torwart leistet, sondern auch, wie er von hinten trotzdem ab und zu rumbrüllt. Du hast das Gefühl, der ist nochmal ein bisschen mehr in diese Führungsrolle reingewachsen, dass wenn Tore fallen, dass er sagt, ey Leute, so geht's nicht. Oder dass er die Mannschaft aufweckt. Manchmal hat man diesen Puls, vor dem Fernseher zu sitzen und zu denken, ey Eintracht, ihr seid besser, mach mal was. Oder, keine Ahnung, das war jetzt unglücklich, macht einfach weiter. Ich glaube, der transportiert das mittlerweile immer mehr. Zu sagen, wir sind Eintracht Frankfurt und wir haben einen gewissen Anspruch und gucke nicht mehr vertrottelt und hol den Ball aus dem Tor, sondern ärgere mich und schreie halt die Betroffenen an, die da vielleicht für verantwortlich waren oder die Ansprechpartner, die es jetzt wieder in die andere Richtung kippen lassen sollen. Ich bin da wirklich sehr, sehr zufrieden, was ihn betrifft. Aber egal, über welches Spiel wir reden, man hat immer das Gefühl, man vergisst jemanden. Also es ist gar nicht so, dass wir jetzt irgendwie so diese Zeit haben, wo wir immer Alex Meyer oder Kostic One-Man-Show hatten oder sonst irgendwas. Oder wo wir uns an Ante Rebic oder Jovic oder Haller irgendwie erfreut haben, sondern es ist bis auf ein, zwei Positionen in der Mannschaft fast die ganze Mannschaft und das jedes Spiel. Also du hast wirklich Kicker drin, wo wirklich, das ist Wahnsinn. Und während Patrizia sich ein Instrument festgebissen hat, hat man, glaube ich, gemerkt, dass ich das mit Jakic gemacht habe und hat natürlich dann auch ein bisschen Angst, als er ausgewechselt wurde, dass das was längerfristig ist. Ich weiß gar nicht, hat irgendjemand was gehört, was mit ihm ist? Also so wie ich das verstanden habe, ist das jetzt einfach nur ein Schlag auf den Oberschenkel. Also er hat da so ein bisschen muskulär ein Thema. Aber irgendwas mit der Hüftgegend hatte ich doch. Ja, oder mit der Hüfte irgendwie beim Sturz. Aber gut, Schlag ist ja jetzt in dem Sinne dann nicht schlimm. Ich glaube jetzt noch nichts Tragischeres. Also Stand jetzt, zumindest meinte Glasner, er ist sehr fraglich fürs Wort. Also er hat ihn noch nicht mal komplett ausgeschlossen, glaube ich, jetzt fürs Wort. Nein, hat er nicht. Aber schon. Okay, aber dann ist ja gut zu wissen, wenn die theoretische Möglichkeit besteht, dass er am Samstagspiel. Also ich habe mir fürhin die Pressekonferenz nochmal angeguckt. Da ist Glasner auch dazu befragt worden. Und da war er, so hat er gesagt, er rechnet jetzt nicht wirklich mit ihm, aber er hat viel Vertrauen in die medizinische Abteilung und er weiß, dass Jakic ein Kämpfer ist. Und wenn es irgendwie geht, dann wird er wahrscheinlich irgendwie auf dem Platz stehen oder irgendwie sowas in der Richtung. Also ich würde ihn jetzt noch nicht komplett abschreiben für den Samstag. Das ist gut, weil bei solchen Sachen spreche ich natürlich immer Dennis an. Ja, ich verstehe. Nee, also es scheint jetzt nur irgendwie eine Kleinigkeit zu sein und halt entweder kriegt er aus dem Sinn des Eigenschutzes und damit es nicht schlimmer wird, eine Pause oder er steht halt Samstag auf dem Feld. Aber es klang jetzt nicht so, als wenn das jetzt irgendwas Langwieriges wäre. Ja, aber ich glaube, das können wir auch alle verkraften. Also selbst wenn er jetzt ein Spiel aussetzen muss, so meine Güte, Hauptsache es ist jetzt nichts Langfristiges, weil das würde mir ehrlich gesagt auch leid tun und wehtun vor allem, diese Doppel-Sechs-Zojakic da jetzt auf längere Zeit wieder abschenken zu müssen, weil das ist schon auch sehr großartig, was da gerade passiert. Also das gefällt mir auch richtig, richtig gut, wie viele andere Teile der Mannschaft auch, hatten wir eben schon angesprochen. Wobei ich ihn auch noch nicht komplett abschreiben würde für Samstag. Also ich glaube, das ist auch einer so von der Art und Weise, der wird selbst mit einem Bein, wenn es irgendwie geht, noch auf dem Feld stehen. Hat man ja gegen Leverkusen gesehen, als er praktisch nicht mehr laufen konnte und trotzdem noch in den Strafraum mit rein ist und so. Ja, da habe ich auch kurz gezuckt, als er da auch so ein bisschen Probleme hatte, dann da irgendwie den Oberschenkel wieder frei zu laufen, da habe ich auch gedacht, wenn der jetzt ausfällt, dann ist hier aber Polen offen. Aber das Ding ist, ehrlich gesagt, ist es hier gar nicht. Weil eigentlich haben wir ja unseren Nummer-eins-Mittelfeldspieler so gefühlt, Sebastian Rohde. Oder wie andere ihn nennen, den semmelblonden Mittelfeldmotor. Genau. Ja, ich meine, es ist trotzdem geil zu wissen, dass man ihn dann einwechseln kann. Also es ist gut, dass wir auf dieser Position, wo wir eine lange Zeit irgendwie nicht so zufrieden waren, sage ich mal, mittlerweile drei Leute haben, die sich gegenseitig gleichwertig ersetzen können. Ja. Ist ganz geil. Und was halt wirklich wichtig ist bei allem Hütter und bei allem Mentalität, bla bla, am wichtigsten ist wirklich die Tabelle jetzt, dass du, selbst wenn du gegen Mainz, wo wir uns traditionell schwer tun, nichts holst, bist du, glaube ich, trotzdem positiv in die Winterpause gegangen, was man nicht hätte erwarten können nach dem Zusammenstart. Ja. Also was hatten wir letzte Woche noch gesagt in der Diskussion mit Marvin, dass wir immer gesagt haben, wenn wir am Ende so mit 24, 25 Punkten in die Winterpause gehen, dann können wir hochzufrieden sein. Jetzt haben wir einen Spieltag vorher schon die 24 Punkte, sind sieben Punkte von Relegationsplatz weg, also nach unten hin haben wir jetzt echt einen guten Puffer und sind punktgleich mit Mainz, die auf dem ersten internationalen Platz stehen. Und das nach den anfänglichen Schwierigkeiten in dieser ersten Spielhälfte der Bundesliga-Saison ist, glaube ich, echt in Ordnung. Gerade auch, wenn du dir halt die Formtabelle in den letzten Spielen anguckst, die ging halt einfach steil nach oben. Also mehr zufrieden kannst du, glaube ich, aktuell nicht sein. Nee, und was wichtig ist an dieser Entwicklung, sind auch nicht nur die Punkte, sondern auch, was Patrizia beim Leverkusen-Spiel beschrieben hat, dass das alle Faktoren sind, die man haben will. Standardsituation, spielerisch, trotzdem sehen wir oft noch Kostic. Und das ist jetzt nicht mehr nur eine Sache, sondern das sind verschiedenste Sachen. Die Antra probiert es trotzdem noch sehr oft über außen, kann es jetzt aber scheinbar auch so ein bisschen über die Mitte. Die Torschützen werden auch ein bisschen verteilt. Und trotzdem ist auch noch Platz für Verbesserung. Wir haben es gesagt, ich bleibe dabei. Auch wenn die Eintracht jetzt irgendwie acht Tore in den zwei Spielen gemacht hat, gegen Leverkusen und Gladbach, auch nochmal Ausrufezeichen in Klamatt, bleibe ich dabei, dass du dir trotzdem mit einem weiteren ernstzunehmenden Mittelstürmer und einem rechten Mittelfeldspieler einfach noch mehr Möglichkeiten geben würdest, in ein Konstrukt, was mittlerweile immer besser funktioniert und was wir ganz am Anfang immer gesagt haben, und da kann man Lindström auch wieder das Paradebeispiel nehmen, das ist natürlich auch leichter, eine Mannschaft dann reinzukommen beziehungsweise sich zu beweisen, wenn die funktioniert. Und das wird dann, glaube ich, für den Stürmer, der jetzt hoffentlich kommen sollte, auch leichter als für Lammers. Und das ist einfach wirklich was, wo du sagen kannst, klar, können wir zufrieden sein mit der Entwicklung, aber könnten auch sagen, freuen uns über das Erreichte, wollen aber eigentlich noch mehr, weil es offensichtliche Dinge gibt, die man verbessern kann. Und ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt, weiß natürlich auch, dass gerade jetzt diese unsichere Zuschauersituation nicht dafür sorgt, dass der Finanzvorstand die Schatulle aufmachen sagt, holt euch. Ja, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass das natürlich jetzt eine zusätzliche Herausforderung einfach ist und du ja auch nach wie vor, das haben wir, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen auch noch besprochen, ja auch Spieler auf der Gehaltsliste hast, die einfach ja auch Geld binden, also jetzt mal nicht Transfergeld, aber zumindest Gehaltsgeld einfach binden. Wir gucken da mal auf den Herrn Younes, von dem man seit Ewigkeiten nichts mehr hört und auch von diesem ganzen Thema nichts, aber der wird ja jetzt auch nicht komplett auf Kohle verzichten. Das trägt natürlich alles dazu bei, dass du jetzt auch wieder kreativ werden musst. Das Schöne ist, dass die Eintracht in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie durchaus kreativ sein kann. Du hast einen Ben Manga da, der nach wie vor, in den ich nach wie vor sehr großes Vertrauen habe und glaube, dass er da die richtigen Spiele auf dem Zettel hat und ein Kröscher, an den ich auch großes Vertrauen richten möchte, ich glaube, dass der auch in der Lage ist, da einen entsprechenden Transfer einzutüten. Aber du hast natürlich auch den Punkt, und das haben wir in meiner letzten Woche auch schon gesagt, du hast eine sehr, sehr kurze Winterpause, das sind jetzt drei Wochen. Das Transferfenster geht am 1.1. auf, du hast am 7.1. das erste Spiel, nee, am 8.1. wir spielen Samstag, ne? Am 8. Du brauchst halt auch den Stürmer relativ schnell. Das wird spannend. Ja, wie gesagt, trotzdem gut zu wissen, das sollte der Fall tatsächlich eintreten, dass das nicht möglich ist, was ich immer noch, mich weigere, das zu glauben, dass du trotzdem die Saison einigermaßen rumkriegen kannst, ohne irgendwie eine großartige Abstiegsnütte zu bekommen. Aber es wäre natürlich trotzdem cool zu wissen, dass da ein Bewusstsein ist. Und in der idealen Welt, sage ich mal, sehen wir hier gerade tatsächlich, dass Younes irgendwo am Flughafen sitzt und mit irgendwelchen Leuten vom FC Genua verhandelt. Vielleicht wird das Gehalt im zweiten Halbjahr frei, vielleicht kann man das in einen anderen Leihspieler stecken, der das Mittelfeld spielt und sich dann einen Stürmer holen, den er vielleicht im Sommer schon eigentlich safe hat und da jetzt mit ein bisschen Ablöse ihn kaufen kann. Dann hättest du zwei neue. Einer ist gegangen, vielleicht geht noch der eine oder andere auch. Und dann, wow, also ganz im Ernst, überlegt euch, unabhängig von den Personen selber, die es dann jetzt konkret sein könnten, wenn du diese Mannschaft ergänzen könntest mit einem Mittelstürmer und wir sagen mal, dass die da die vier dann, weil man würde sich ja schwer tun, Kamala, Lindström oder Borei rauszutun, aber zumindest, dass da eine Rotation stattfindet, je nach Gegner, plus du hast ein Pendant zu Kostic, was auch nur vielleicht 50% so gefährlich ist, wie er selber. Das wäre schon krass, weil du dann trotzdem, du hast Rode im Mittelfeld als Einwechselspieler, du hast Hasebe und oder Hinteregger oder Tutor, je nachdem, als Einwechselspieler in Abwehr und du hättest vorne diese Möglichkeiten, das wäre schon geil. Bleib ich bei, auch wenn du die Leute immer, das Geile ist jetzt immer, Patricia kriegt sie auch so ein bisschen mit, weil sie Community Management auch für Fußball 2000 macht, immer wenn die Eintracht jetzt über zwei Tore schießt, schreiben die Leute mich sofort an, na, 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 glaubst du, wir brauchen immer noch ein Stiermann, so ein Quatsch, ja. Gesammelte Antwort, ja, Leute. Und wenn ihr wirklich darüber mit mir diskutieren wollt, dann habt ihr Pech. Großartig. Ich wollte jetzt nichts Schlimmes sagen. Ja, aber ich gebe dir recht, denn ich hatte das... Ja, Leute, das wäre zu kurzfristig gedacht, weißt du? Also es ist ja cool, wenn du die ganze Mannschaft treffen kannst, nichtsdestotrotz heißt ja nicht, nur weil es so klappt, brauchst du irgendwelche Basics nicht. Ich meine, wie soll ich das jetzt, jetzt fällt mir natürlich erzwungen kein unfassbar guter Vergleich an, aber ihr wisst ja, dass ich Vergleiche auch immer gerne aus dem Bad mache. Natürlich reicht es, wenn du eine Dusche hast, aber ab und zu baden ist natürlich trotzdem geil. Ja, das ist die Frage, wer ist dann jetzt die Dusche und wer ist die Badewanne? Ja, in meinem Linsblom... Ist auch egal, ich habe doch gesagt, das Bild ist nicht gerade drin jetzt. Mach doch doch nicht nach. Wenn du jetzt halt mal... Seh doch einfach drüber hinweg und so, sag ich ja. Wenn du jetzt mal an das denkst, was Patricia auch vorhin gesagt hat, dass du natürlich mit Lindström jemanden hast, der auch noch unfassbar jung ist und dann auch vielleicht einfach mal eins, zwei, drei schlechte Spiele hat, plus dann ab März auch wieder die Euroleague, das heißt, du hast auch wieder Mehrfachbelastung, du brauchst halt einfach irgendwie Rotation. Und was willst du denn da jetzt aktuell rotieren? Also Lammers, ganz ehrlich, ich finde den super netten Typen und ich glaube auch, dass der, wenn der wieder richtig unterwegs ist, ein guter Fußballer ist, aber darauf kann sich halt einfach nicht verlassen. Also ich glaube nicht, dass wir von dem noch viele Aktionen sehen werden. Paciencia ist ein super Einwechselspieler, aber ist nach wie vor nicht meine Nummer eins. Ja, aber eben das, du darfst ja auch nicht vergessen, es ist jetzt noch nicht allzu lange her, dass Paciencia eingewechselt wurde, eben dafür, dass man so einen Stürmerimpuls noch bekommt. Und stell dir mal vor, man hätte jetzt einen Stürmer, der vielleicht von Anfang an funktioniert, dass du das nicht irgendwie über Einwechslung machen musst, sondern dass du sagst, okay, pass auf, keine Ahnung, Boree ist angeschlagen oder Lindström, weiß ich nicht, geht's heute nicht gut. Ja, oder Kamara hat seine fünf Minuten. Ganz im Ernst, die Idealvorstellung ist eigentlich, dass Boree und Lindström hinter einem Stürmer spielen. Ja, so. Und ich finde einfach, ich verstehe das Problem nicht, warum man sich jetzt zum Teil sogar, also ich habe schon Diskussionen gelesen, wo sich Leute so dagegen sträuben, von wegen, ach, man braucht doch überhaupt keinen Stürmer, warum sträubt ihr euch gegen eine zusätzliche Option? Also das kann ja nur helfen und vor allem den Kader verbreitern, also muss ja gar nicht wirklich verbreitern, wenn Leute gehen, aber ihr wisst, was ich meine, einfach die Varianz vorne ein bisschen, ja, das kann ja nur helfen. Ja. Und ich, also ich sehe dann so Spieler, wie zum Beispiel bei Leverkusen jetzt Schick, der macht dir dann einfach vorne die Tore rein, was ein Mittelstürmer halt machen soll, da denke ich mir, ja, hätte ich auch gern. Trotz allem, trotz, dass die Mannschaft eigentlich so schon geil ist und ich habe keine Bauchschmerzen, wenn jetzt doch keiner kommt, klar, wie Basti schon sagte, wir kriegen die Saison auch so rum und ich habe da auch Vertrauen in Glasner, dass er Wege findet, auch ohne Stürmer ein erfolgreiches Offensivspiel zu etablieren, wäre aber leichter, wenn man einfach einen guten Mittelstürmer hat. Also ich verstehe das Problem nicht und wenn da irgendwie Geld übrig sein sollte und sich eine Person anbietet, dann gerne her damit. Und wenn nicht, wie gesagt, dann habe ich trotzdem Vertrauen in die Mannschaft, dass wir es auch, und in den Trainer, dass wir es auch so hinbekommen werden. Ja, vor allen Dingen, wenn es halt jetzt vielleicht auch kein Notkauf ist, weil, wie beide schon gesagt haben, man würde es im Zweifelsfall auch so irgendwie hinkriegen, wobei ich nach wie vor auch dabei Basti bin und hoffe, dass man nicht so denkt. Wenn du aber jetzt mal perspektivisch daran gehst und sagst, man holt jetzt einen, den man sowieso haben möchte, der einem dann auch im Jahr danach hilft, wenn du aber halt auch dann im nächsten Jahr davon ausgehen musst, dass ein Kamada vielleicht weg ist, dass ein Kostic weg ist, dass vielleicht auch die Laie von einem Lammers nicht verlängert wird, dann halt auch jemanden zu haben und dann nicht wieder diese Thematik anzufangen, dass der sich im nächsten Jahr irgendwie in die Mannschaft einarbeiten muss und dann abliefern muss, sondern dann jetzt auch eine Möglichkeit hat, jetzt schon sich da reinzukämpfen und dann im nächsten Jahr quasi komplett einfach da ist, macht das doch auch Sinn. Also solange man sich da jetzt nicht irgendwie finanziell bis auf die Socken verschulden muss, schadet es doch nicht. Ja, am Ende wird es eine Abwägung sein. Ich glaube, wie es auch im Sommer schon war. Ich glaube, im Sommer war es dieselbe Abwägung schon. Macht man jetzt irgendwas Verrücktes? Und geht finanziell irgendwie ins Risiko, was dir dann halt Jahre später auf die Füße fallen kann. Vielleicht findet man irgendeine Möglichkeit. Die hat man ja mit Heuger auch gefunden. Ich meine, den haben wir auch nicht direkt gekauft, sondern kannst dir aber, wie gesagt, auch Spiele ausleihen. Das ist korrekt. Da muss man halt einfach mal gucken, was möglich ist. Und Leute, man darf es ja nicht vergessen, es ist gar nicht lange her, da hat da vorne überhaupt keiner getroffen. Die hatten die besten Torchancen und hatten sie auf dem Fuß und haben sie kläglichst versemmelt. Also wir können hier jetzt alles, ach, das läuft ja super und die treffen jetzt alle. Also es ist wirklich keine zehn Spieltage her, dass wir hier wirklich teilweise zehn Bälle hatten, wo jeder gesagt hat, wenn der vorne im Sturm einen einigermaßen geraden Fuß hat und einen normalen Schuss oder wir sagen es noch einfacher, Silva wäre noch da gewesen, hätten wir da schon die Problematik gar nicht gehabt. Wir haben uns ja selbst in die Probleme gebracht, weil wir an den Positionen eventuell nicht die richtigen Leute dann einfach einsetzen konnten, weil sie nicht zur Verfügung standen. Und wenn wir hier wirklich einen Knipser, und es geht hier nicht um einen, der unbedingt jetzt hier wieder dieses komplette Portfolio abliefern muss, der muss sich die Bälle nicht selbst holen, der muss auch nicht da vorne rumrennen, sondern es muss jemand sein, den man spielen kann. Auch so ein Haaland hätte ich schon gern. Ja, ja, ich auch gerne. Aber wir müssen ja immer realistisch bleiben. Wir brauchen einen Spielertyp, der vorne einfach eiskalt ist beim Abschluss. Und das ist tatsächlich sind das, es gibt es ein paar, die vielleicht dann auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Da muss man natürlich wieder überlegen, will man das? Weil das ist wahrscheinlich das, was in der Gehaltsklasse beziehungsweise in der Ablöseklasse irgendwie möglich ist. Oder willst du doch noch mal gucken, ob du noch was Junges da vorne reinbekommst, der eben dir da nicht die Garantie bringen kann? Ja, es ist schon schwierig. Das verstehe ich auch. Aber irgendwann musst du dich auch entscheiden, was willst du erreichen? Du hast tatsächlich dir jetzt natürlich eine Situation geschaffen. 24 Punkte. Jetzt geh mal davon aus, wir liefern wieder ab gegen Mainz. Dann stehst du hier wirklich mit einer genialen Ausgangssituation da und musst dir doch überlegen, was willst du denn jetzt machen? Du mit 27 Punkten stehst du tatsächlich schon wieder sehr, sehr nah an europäischen Plätzen obendran oder sogar dann wirklich direkt drauf. Da muss man dann wirklich überlegen, ist es dann nicht wirklich sinnvoll, hier noch mal ein bisschen Risiko zu gehen, wo auch andere Vereine so ein bisschen jetzt wieder die Probleme haben. Corona ist für alle Beteiligten scheiße und auch für alle Vereine scheiße. Und wenn du daraus natürlich dann noch sogar einen Profit schlagen kannst, dass du es vielleicht noch mal schaffst, oben europäische oder sogar Champions League Plätze anzugreifen, wenn du das Personal hast, dann müsste man das natürlich überlegen. Also es ist, ich bin wirklich, bin wirklich momentan wieder auf einem, Patricia, du hast so schön ein Beispiel gesagt, du hast hier den, den Motivationszug angezündet oder wie? Ich habe es gar nicht, ich habe den Hypetrain. Also da, wo Patrizia noch im Hypetrain bist, bist du schon quasi hier mit der Rakete vorne mitgefahren. Ich wollte gerade sagen, Dennis ist, glaube ich, hoffentlich nicht in den falschen Zug eingestanden. Dennis ist im TGW ganz vorne bei 300. Also wenn wir hier bei Champions League zu sprechen, würde mir ein bisschen schwer verhalten. Also ich muss dir wirklich sagen, das Potenzial, ihr habt es genau richtig angesprochen, du hast auch eigentlich eine Runde, die ja angefangen hat, wie der Kraus, weil du gedacht hast, oh Gott, was ist denn das? Und keiner trifft und keiner kann was. Hast diese Position sogar einigermaßen ersetzt oder das spielerisch versucht, anders zu lösen. Das hat sehr gut geklappt, sonst hätten wir jetzt keine 24 Punkte. Wenn du natürlich jetzt noch das Personal vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich bekommen kannst, das Risiko, vor der Saison ist doch wirklich immer so ein Risiko, investierst du jetzt und hast wirklich überhaupt keine Ahnung, wie geht es aus, funktionieren die anderen Spieler. Jetzt weißt du, die anderen Spieler scheinen zu funktionieren. Das Risiko ist minimiert oder zumindest reduziert. Ich sehe es so, wir können jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Risiko gehen, hoffe ich zumindest. Klar, mit Corona und was weiß ich, keine Zuschauer, das ist alles Mist. Trotzdem sehe ich es schon als Chance. Und gut, Champions League ist wieder total überzogen. Ich sehe es einfach nur, weil jetzt der 27 Punkte wäre ja, Hoffenheim steht ja momentan auf Platz 4 mit 27 Punkten, deshalb einfach. Aber das sind schon Sachen, wo man einfach, mir wird es gefallen, wenn wir da auch mal aus diesem grauen Alltag denkermäßig rausgehen und können wir uns das wirklich leisten und so weiter, hin zu, Mensch, das sieht doch alles gut aus und jeder sieht es, dass diese Positionen vakant sind, sowohl die rechte Seite als auch der Sturm. Wird mir gefallen, aber ich bin kein Entscheidungsträger und will mich auch zu erweitern. Ja, aber ehrlich gesagt, Dennis, hast du einen wichtigen Punkt, weil du hast die anderen Mannschaften angesprochen. Hoffenheim ist auf Platz 4. Außer Dortmund und Bayern sehe ich keine einzige stabile Mannschaft. Das heißt, theoretisch ist von Platz 3 bis Platz 10 alles offen. Sag mir, sag mir, wer safe Dritter wird dieses Jahr. Keine Ahnung, ich kann dir sagen, wer safe Erster wird, weil das steht gefühlt seit dem 10. Spieltag mal wieder fest. Aber habe ich doch gesagt, Bayern und Dortmund sind safe. Leipzig wird da nochmal investieren. Nicht stabil genug für mich. Leipzig wird Dritter und für mich ist es nochmal im Winter. Das ist genau dieses Ding. Du hast 1, 2, 3 ist eventuell klar, aber dann die üblichen Kandidaten Wolfsburg struggelt. Leverkusen ist merkwürdig. Hoffenheim wissen wir alle, dass die nicht für immer so stabil sind. Und ehrlich gesagt, kommt dann schon irgendwann die Einstisch, dass wenn die Bundesliga so random bleibt, dass irgendein Team, und das muss ja nicht mal die Eintracht sein, aber dass irgendein Team, und das kann halt auch Hoffenheim sein, wenn die im Flow bleiben, dass die es dann sind, die Vierter sind. Und wenn du dann vielleicht im Winter irgendwie trotzdem zu zögerlich warst, ärgerst du dich vielleicht, weil wenn wir Corona so ansprechen und sagen, da fehlt das Geld, ja da gibt es Geld zu gewinnen. Aber keine Ahnung, Dennis hat ja recht, wir können ja hier viel rumlabern und am Ende, wenn wir in der Verantwortung wären, würden wir, was weiß ich, wie viele Millionen für Stimmen ausgeben, würden trotzdem nur Achter werden und haben dann kein Geld mehr. Der eine oder andere würde sich noch bei Mehrwertsteuer und Versandkosten verrechnen. Das war nicht Versandkosten, das war Mehrwertsteuer. Das war nur Mehrwertsteuer? Okay. Versandkosten waren die Leute schuld, die ihre Adresse nicht schreiben können. Ja, aber hast du das auch nicht einkalkuliert? Kann ich auch nicht, weil ich halt immer ein naives Vertrauen in die Menschheit habe. Aber, nee, lass dir eins gesagt sein, das ist spätestens während Corona vergangen. Ja. Gut, apropos naives Vertrauen und Menschheit, nächster Gegner Mainz 05. Da sage ich nur ganz kurz was dazu, es wird ein schweres Spiel. Mainz liegt uns nicht, habe ich alles schon ausgeführt, weil ich muss jetzt leider weg, meine lieben Freunde. Alles gut. Tut mir auch nicht in mir in der Seele weh, wenn ich nicht über Mainz reden muss. Von daher wünsche ich euch noch viel Spaß. Vielen Dank. Danke, Basti. Und wir hören uns. Bis dann. Bis dann. Wir hören uns. Macht's gut, lieber Herr Tschüssi. Ja, da sich Basti jetzt so geschickt aus der Mainzer Affäre gezogen hat. Patricia, möchtest du über Mainz reden? Ja, ob ich das möchte, steht ja wahrscheinlich gar nicht zur Debatte gerade. Nein. Aber, ja, ich sehe es ähnlich. Also, ich habe ein bisschen Angst, einfach generell, traditionell vor Mainz, was irgendwie scheiße ist, vor Mainz Angst zu haben, weil es Mainz ist. Und naja, man will ja eigentlich gewinnen, aber wir kennen es aus der Vergangenheit, dass das nicht immer so einfach ist. Leider nicht. Und zusätzlich dazu hat man sich schon schwer getan, als Mainz noch nicht besonders gut war. Aktuell läuft es aber doch sehr, sehr gut bei den Mainzern. Punkt gleich aktuell mit der Eintracht. Und ja, der Fußball ist jetzt auch nicht so schlecht, denn die spielen. Also, da kann ich mir schon vorstellen, dass man sich den einen oder anderen Konter vielleicht auch mal fängt, wenn man da nicht gut genug aufpasst. Und könnte auch schief gehen, wie viele Male gegen Mainz. Aber diesmal dann auch, dass man sagt, okay, das hat nicht nur daran gelegen, dass die Eintracht vielleicht nicht ganz auf der Höhe war, sondern, dass Mainz da jetzt auch wirklich nicht schlecht unterwegs ist. und das macht mir einerseits ein bisschen Sorge, andererseits ist die Eintracht auch sehr gut drauf aktuell. Also, ich will mir gerade noch gar nicht so einreden, dass das schief gehen könnte, einfach weil das gerade so ein schöner Lauf ist bei der Eintracht und man auch sieht, dass die widrigste Situation trotzdem irgendwie bestritten wird, erfolgreich bestritten wird. Also, man lag jetzt zweimal hinten, hat zweimal das Spiel gedreht. Und klar, das wird nicht immer passieren. Deswegen würde ich mir auch wünschen, vielleicht mal nicht in Rückstand zu geraten und vielleicht mal nicht die ersten Minuten zu verpennen und früh in Rückstand zu geraten, weil ich glaube nicht, dass das immer klappen wird, zurückzukommen. Das ist ja auch ein großer Aufwand und der da betrieben wird, so kraftmäßig auch in der Mannschaft und mental auch. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es vielleicht so ein bisschen, es muss ja gar kein krasses Spiel werden, was irgendwie ein 5 zu 2 ist oder ein 3 zu 2, und meinetwegen spiel doch einfach mal ein 1-0, 2-0, so ein schönes, du liegst mal nicht hinten, gehst in Führung und gewinnst das Spiel. Das würde ich auch mal nehmen. Also, du willst quasi einen langweiligen Fußballnachmittag? Nicht langweilig, aber ein bisschen schonender für uns alle. Aber ich nehme natürlich auch einen Spieltag wie die letzten zwei, wenn es denn gut geht. Also, warum auch nicht? Dennis, deine Meinung? Oh, ich glaube, das wird wirklich ein richtig schweres Spiel. Patricia hat da viel Richtiges schon angesprochen. Auch das 4-0 gegen die Hertha jetzt vom Dienstag. Naja, also, ich glaube tatsächlich, 1-0 oder 0-0 oder sowas, glaube ich, werden wir auf jeden Fall hier nicht sehen. Ich denke, es wird tatsächlich eher, ich glaube, Mainz hat auch 25 Tore schon gemacht. Wir 26 mal schauen. Also, ich denke schon, dass momentan die Mannschaften, Mainz, ich habe das Spiel tatsächlich gegen die Hertha nicht gesehen, hat aber ja anscheinend auch dominiert und hätte noch höher gewinnen können. Das ist auf jeden Fall vielleicht kein Maßstab. Die Hertha ist ja generell nicht unbedingt so gut drauf. Aber trotzdem, also, ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir unsere neu erworbenen oder neu wiedergefundenen Tugenden, die auch Patricia vorhin schon angesprochen hat, das heißt, die Freistöße, daraus Tore machen oder zumindest die zweiten Bälle schön aufs Tor bringen. Dann gehen wir hier am Ende hoffentlich auch erfolgreich vom Platz. Trotzdem, es wäre schon schön, wenn du nicht wieder im 2-0 oder sowas hinterherlaufen musst, weil das geht halt auch nicht jedes Mal gut, denke ich zumindest. Mal schauen. Aber die Mentalität passt. Die Mannschaft ist auf jeden Fall momentan in einem Lauf. Und ich habe keine Angst, aber es wird schon schwer. Du musst 100% konzentriert sein und in Frankfurt gegen Mainz ist nicht immer so gewesen, dass wir hier ein totales Feuerwerk abgezündet haben. In Mainz allerdings auch nicht. Ja. Wie ist deine Meinung, René? Ich habe auf das Spiel eigentlich null Bock. Ganz ehrlich. Wie ihr schon gesagt habt, gegen Mainz, ich habe da keine guten Erinnerungen dran. Ich weiß, dass das eklig wird. Wie ihr schon gesagt habt, die sind gerade gut unterwegs und vor allen Dingen, die sind halt auch in der Abwehr durchaus stabil. Also ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, weil ich mir unsicher war, aber es ist tatsächlich richtig, wie ich es in Erinnerung habe. Es gibt bislang in dieser Bundesliga-Saison bislang drei Mannschaften, die weniger als 20 Tore kassiert haben. Ganz vorne dran ist Freiburg mit 15 kassierten Toren, dann kommen die Bayern mit 16 und dann Mainz auch mit 16. Also die sind halt schon, also ich weiß nicht, ob sie einfach nur Glück hatten und dass die Gegner bislang nie was auf die Kette gekriegt haben oder wenig auf die Kette gekriegt haben oder ob die halt in der Defensive gut unterwegs sind. Und ja, die letzten beiden Spiele haben wir gut gemacht, aber da waren halt auch Räume da und worauf ich halt kein Bock habe, ist gegen eine Mannschaft zu spielen, die eine gut geordnete Defensive hat und wir Dinge einfallen lassen müssen. Wobei wir das die letzten Wochen ja auch schon öfter gesagt haben. Also das haben wir auch schon gegen Union gesagt, das haben wir gegen Freiburg gesagt und Freiburg ist ja eines der von dir genannten Teams und da hat die Eintracht auch zwei Tore gegen Freiburg schießen können. Also und letztendlich gewonnen. Klar, die Vorzeichen, ich verstehe, ich verstehe deine Sorgen. Ich habe sie ja auch. Ich habe auch mit Mainz keine guten Erfahrungen gemacht, wie wir alle nicht. Aber um das jetzt mal so ein bisschen vielleicht ins hoffnungsvolle Licht auch zu rücken, die Eintracht hat uns ja oft irgendwie das Gegenteil von dem bewiesen, wovor wir Sorge hatten jetzt zuletzt. Und bei mir war es das letzte Mal gegen Gladbach zum Beispiel, weil ich hatte irgendwie die Geschichte drumherum war mir auch schon zu viel und ich dachte so, nee, das kann nicht gut gehen. Das wird uns irgendwie auf die Füße fallen und wir werden alle irgendwie danach genervt sein. Und letztendlich hat man das Spiel auch gewonnen. Also ja, ich würde da jetzt irgendwie aktuell nicht zu negativ drangehen, kann, aber die Sorgen verstehen. Also ich habe da auch so, ich habe halt absolut keine Lust jetzt wieder gegen Mainz zu verlieren. Das reicht halt irgendwann auch mal. Ja, und es wäre halt auch einfach sehr schön, wenn man mindestens mit dem Unentschieden die Hintenrunde abschließen kann, dann hat man seine Punkte, seine 25 ist eigentlich komplett im Soll, kann ein kleines Päuschen machen und sich dann auf die kommenden Aufgaben konzentrieren. Das wäre halt echt ein guter Abschluss für die ansonsten doch auf und nieder Hinrunden Thematik. Dann müssen wir jetzt über die Aufstellung reden, wo es ja mit Sicherheit die ein oder andere Rotation geben wird. Hauge verletzt, der fällt definitiv aus. Lenz, den wir jetzt zweimal wieder gesehen haben, hat auch was abbekommen, wird auch mit Sicherheit ausfallen. So hat es zumindest Oliver Klasner heute Mittag in der Pressekonferenz gesagt. Tutor, ja, Gelb-Rot und damit für ein Spiel gesperrt, wird auch ausfallen. Barkok und Jarkic fallen sehr wahrscheinlich aus, wobei das noch nicht 100 Prozent klar ist. Und damit wirst du, gehen wir mal davon aus, dass Jarkic nicht spielt, auf der Innenverteidigerposition und auf der defensiven Mittelfeldposition wechseln müssen. Ja, und hast weniger ein Wechseloption zusätzlich noch. Das ist korrekt, weil die Spieler stehen ja schon auf dem Feld. Ja, plus Lenz, der ja jetzt zuletzt auch immer eingewechselt wurde. Der zuletzt eingewechselt wurde, wo du ja dann auch gerade sowohl gegen Gladbach als auch gegen Leverkusen eine durchaus stabile Fünferkette hinbekommen hast. Ich fand auch Lenz tatsächlich nicht schlecht. Er hat mir gut gefallen. Ja, vor allem für die Verletzungspause, das war ja auch jetzt eine längere Zeit, kommt nicht jeder so stabil zurück. Das ist richtig. Und Barkok ist nicht so oft eingewechselt, aber kann es natürlich auch noch mal für die Offensive bringen. Naja, okay, müssen wir jetzt mitarbeiten. Daher jetzt das Thema Aufstellung. Und ich habe euch den Trab jetzt schon mal hier ins Tor gestellt und Patricia, wie würdest du denn die Abwehr aufstellen? Dennis, freu dich nicht, du kommst dann zum Mittelfeld dran. Naja, weiterhin Fünfer, Dreier-Fünferkette, also links Kostic. Und dann wird es schwierig. Also klar, Indica auf jeden Fall. Der auch. Hinti auch. Jetzt überlege ich halt, das Problem ist, ich hätte am liebsten Hasebe ganz normal in der Dreierkette in der Mitte. Und dann frage ich mich aber, kann oder will, funktioniert das mit Hinti auf der rechten Innenverteidigerposition? Weil Indica muss auf jeden Fall die linke Position bekleiden. Ja, Indica muss auf links. Indica ist spielstärker. Indica hat, wie wir gesehen haben, offensiv viele Impulse setzen können. Ist für mich einfach der, ja auch in der Spieleröffnung einfach der stärkere Spieler. Von daher würde ich ihn auf seine angestammte Lieblingsposition auch setzen, verdientermaßen. Nur mal ganz kurz, bevor wir mit der Aufstellung weitermachen. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, ob es gegen Gladbach oder Leverkusen war, aber eh, der euch nachher an die Aktion, wo Indica offensiv den Ball an der Eckfahne hat, die beiden Gegenspieler austribbelt, noch sagt, wohin der Ball gehen soll und dann quasi da den Ball reinflankt. Also den kannst du auch eigentlich komplett als linkige Offensivkraft verwenden. Sagt er das nicht, dass er auch gerne, das hat er doch immer, haben wir doch schon immer gesagt, auf der Sechserposition. Also das war eher so Achter bis wie linker Außenbahnspieler. Also wenn er so weitermacht, Kostic zieht dich warm an. Also war eine geile Aktion. Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall cool, obwohl, ich weiß nicht, Hinteregger auf rechts, also ich bin da komplett, mein ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, ehrlich gesagt, Hasebe in der Mitte mit seiner Ruhe, mit seiner Übersicht, da muss er nicht ganz so viel laufen wie als Linker oder Rechter Innenverteidiger, weil die ja dann doch auch die Außen da so ein bisschen mit unterstützen müssen. Aber Ja, kann sich auch immer ein bisschen flexibel hier noch ins defensive Mittelfeld vor oder zurückziehen und so. Also ich finde, das ist, also Hasebe in der Verteidigung nur in der Mitte. Ich sehe ihn halt irgendwie nirgends anders. Weiß aber nicht, ob Hinti rechts macht. Ansonsten müsste es halt Ilsanca machen und Hinti in die Mitte. Oder Toure. Ja, wobei ich da jetzt auch noch nicht so ganz ist halt schwer. Ich sehe schon, ich habe da einen gewissen Wundenpunkt gefunden. Ja, also sagen wir mal so, Ilse hat auch, ist auch super motiviert. Er hat das ja auch schon des Öfteren gemacht. Er war aber jetzt so ein bisschen weg aus dem Kader, oder? Der war gar nicht, gar nicht auf der Bank gewesen, oder? Habe ich darauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich meine, gegen Gladbach habe ich ihn in der Aufstellung überhaupt nicht gesehen. Das muss er schaue gerade auch noch mal. Nee, war er nicht in der Aufstellung, da waren, außer denen, die eingewechselt wurden, noch Kramay, Chandler, Touré, Lammers und Pathencia gegen Gladbach. Und Leverkusen weiß ich nicht. Also bei Leverkusen habe ich echt nicht drauf geachtet. Leverkusen war er auch nicht, glaube ich. Okay. Das heißt, aber er ist zumindest, da ist Glasner ja auch heute dazu befragt worden und er hat ihn als eine Option genannt. Ja, er wird ja auch in den Kader rücken, also gezwungenermaßen schon allein, weil ja so viele rausfallen. Ja, mein Dilemma ist jetzt, ich weiß es nicht, ob das, also ich hätte, eigentlich präferiere ich Hasebe in der Mitte und Hinti dann auf rechts, weiß nicht, wie gut es geht, aber ich meine, ansonsten hast du halt Ilsanke auf rechts, der jetzt gar nicht mehr im Kader stand. Also. Ja gut, was aber jetzt nichts heißen muss, ich meine, wir haben beide gerade auch gesagt, Lenz war auch jetzt längere Zeit verletzungsbedingt nicht dabei, ist jetzt super wieder reingekommen. Da Costa war jetzt aus meiner Sicht gegen Leverkusen auch nicht schlecht. Also, das muss jetzt nicht unbedingt was heißen, aber wenn ich es mir aussuchen könnte und das funktioniert, wäre auch meine Aufstellung in Dika, Hasebe und Hinteregger, weil ich glaube, dass das ein bisschen mehr Stabilität bringt. Ja, zumal Ilsanke hat es ja auch nicht mal schlecht gemacht, also, ja, immer wenn er gespielt hat, war das eigentlich gut, bis auf die, wenn er mal ein Spiel gemacht hat. Er hat immer diesen einen Schnitzer drin und davor habe ich immer Angst und deswegen bin ich so ein bisschen abgeneigt, davon ihn aufzustellen, aber er hat ja auch verlässliche Spiele geliefert, also so ist es nicht und das ist auch eine Option für genau diese Situation, wenn halt eben mal ein Ausfall ist. Ja, ich habe halt auch noch ein bisschen Probleme, wir müssen ja auch überlegen, auf der 6 muss er auch rotiert werden, da kommt dann Rode hin, aber Rode, macht er 90 Minuten oder muss da eventuell sogar Hasebe hin und vielleicht sollte Hasebe gar nicht in der Innenverteidigung stehen, damit er später auf die 6 kann. I don't know, wir haben, klar, auf der 6 haben wir auch andere Optionen, wir können auch, keine Ahnung, in Kustel springen, aber ja, nur nochmal das als Gedankenspiel, also ist es so schlau, Hasebe in die Innenverteidigung zu stellen und sich damit eine 6er-Option noch zu nehmen? Finde ich aber super wichtig und genau das ist der Punkt, Patrizia, ich glaube genau, dass das einen Ausschlag geben kann, aber hier, denn Rustic, ist der, der wird wahrscheinlich auch wieder reinrutschen, aber auch der war wieder nicht im Kader gewesen, er ist auch wieder weit, weit weg von der Mannschaft, Hasebe ist einfach aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seiner Stabilität auch immer jemand, den du einsetzen kannst, sowohl auf der 6, als auch in der Innenverteidigung, ich denke schon, dass er ihn da haben will, dass er gerade Rode, er spricht schon an, der kann eigentlich momentan, sonst denke ich, hätte er auch, klar, Jakic hat überragend Leistungen gezeigt, trotzdem, trotzdem hatte glaube ich jeder von uns erst mal, uff, nach 28 Minuten kommt schon der Rode, oh Gott, reicht das überhaupt bis zum Ende, und wenn wir das schon sagen, und jetzt spielt er in der Startelf zwangsläufig, das wird schon, das wird schon ein heißer Ritt, also, und auch die Mainzer sind ja nicht dafür bekannt, dass die jetzt nach 70 Minuten zusammenbrechen, sondern da muss schon hinten raus auch noch genauso durchgepowert werden, ich denke schon, dass wir uns Hasebe da für die Sechser-Position auch aufheben sollten, und zwangsläufig dann jemand wie Ilsanke nochmal in die Innenverteidigung rutscht, einfach, damit wir hier die Hinti-Position, er hat mir zwar auch im letzten Spiel nicht so wirklich 100%, er ist aber auch jemand gewesen, der so ein bisschen, naja, aus diesem Kollektiv, nicht unbedingt negativ, aber auch nicht positiv aufgefallen ist, er hat momentan, finde ich so, solide, alles in Ordnung, aber, ich erinnere mich noch an die Zeiten vor ein paar Monaten, wo man immer gesagt hat, Hinti, Hinti, Hinti ist der beste, Hinti, geil, 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 der brennt ein Spiel nach dem anderen ab, da ist er einfach momentan nicht in der Form, trotzdem stabil, und dann gibt ihm lieber diese Innenverteidiger-Position, anstatt, dass er dann auf rechts da irgendeinen Harakiri versucht, was ihm generell vielleicht nicht so liegt, also, ich bin tatsächlich Indika, Hinti, Ilsanke. Und dann Rode von Anfang an oder Hasebe von Anfang an? Nein, Rode von Anfang an. Ja, würde ich, glaube ich, auch machen. Und dann schauen, wie lange das klappt. Genau. Ja, und dann halt situativ wechseln. Ich glaube, wir tun uns auch viel leichter, ich hoffe ja so sehr, dass wir mal den Führungstreffer machen und wir dadurch dann die Mainzer auch ein bisschen rauslocken aus ihrem System, dass die das Spiel auch machen müssen. Ich glaube, da kannst du schon auch relativ früh einfach deine Stärken ausspielen, wenn du dem Ball natürlich da schon hinterher rennst und so weiter und dir geht dann hinten noch die Luft aus. Also, ich hoffe, dass wir am Anfang ordentlich Schwung geben und dafür ist meiner Meinung nach dann ein Rode auf der 6 nochmal der bessere, der einfach, ich fand immer, wenn er eingewechselt wurde, das Schöne ist ja, du kannst das Spiel sehen und könntest alles retuschieren und würdest einfach am Laufstil sehen, Mensch, da ist ja der Rode wieder auf dem Platz, da muss ich gar nicht aufpassen, sondern es ist einfach nochmal dieser spezielle Biss- und Anlaufstil, gefällt mir immer richtig gut auch, also ich glaube, dass wir das gegen Mainz von Anfang an brauchen. Jetzt habe ich aber rechts gar nicht mitbekommen, wer habt ihr dann rechts aufgestellt gehabt? Noch gar keinen, weil das machst du. Ah, okay, das mache ich. Ja. Also, ich habe mich ja vorhin schon verraten, dass da Costa für mich immer eine Pause braucht. Ich würde tatsächlich in dem Spiel mal wieder jemanden reinstellen, den wir jetzt hier auf der rechten Seite eine ganze Zeit lang nicht gesehen haben, also kein Chandler, sondern, genau, Erik Dürm würde ich mal wieder spielen lassen, ja. Ich habe bei dem Namen immer Weide und die Kroketten im Kopf, ich weiß auch nicht, warum. Nein, du also, oder seid ihr eher Team Chandler? Oder da Costa sogar? Ja, nee, da Costa nicht. Also eine Herzinfarkt-Nummer die Woche reicht mir. Ich mag ihn als Teil der Mannschaft super gerne, aber, nee, nicht mehr so eine Nummer. Ich glaube, also, so richtig optimale Wagen gibt es da ja gerade nicht, wenn man auf unseren Kader guckt, auch da wird es wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen geben. Gerade oder schon sehr lange. Ja, gerade schon seit, wie lange machen wir das, elf Jahre, so seit acht, neun Jahren. Aber, wenn ich jetzt gucke, wen wir da haben, dann wäre Dürm für mich jetzt der komplettere Spieler. Also Touré könntest du auch noch spielen lassen, aber da bin ich auch weg, obwohl er nah am Kader ist. Er ist ja, der wird ja eingewechselt gegen Leverkusen. Nee, ich bleibe da bei Dürm. Ja. Patrizia, wie siehst du es? Weiß es nicht. Also, ich habe bei Glasner das Gefühl, Dürm ist irgendwie gerade nicht so die Option. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin auch nicht im Training dabei. Ich habe keine Ahnung. Ich war jetzt auch nicht der Dacosta-Fan, habe jetzt aber gerade überlegt, weil halt Mainz, also er hat da ja bis vor kurzem gespielt. Ja, und irgendwie, vielleicht hat man da so irgendwie, also es ist ja jetzt nicht im Schlechten auseinandergegangen, so wie mit Hütter. Also, der hatte ja auch seine Probleme mit Hütter, wo man dachte, okay, Glasner stellt ihn jetzt wieder auf und jetzt will Dacostas Hütter zeigen und so weiter und so fort. Da ist nicht so diese Story dahinter. Das ging ja, also in Mainz hat er sich ja wohlgefühlt, hat auch alles gut funktioniert. Aber wie ihr schon gesagt habt, er kennt sie und er kennt dann eventuell auch Schwachstellen oder weiß nicht, ist auch irgendwie, man freut sich ja vielleicht auch einfach auf einen Gegner oder auf Gegenspieler, die man gut kennt. Einfach so, also man hat dann irgendwie so einen guten Spirit drin in sich selbst, weil man sich denkt, ach ja, guck mal, dann sehe ich die wieder, dann stehen wir auf dem Platz gegeneinander. Weiß nicht, ob das vielleicht, also gegen Leverkusen war es ja wie gesagt nicht so schlecht. Ich bin da so ein bisschen bei Basti, ich war da auch durch dieses eine Spiel noch nicht komplett überzeugt und habe gesagt, ach ja, guck mal, da ist er wieder, der Dacosta. Aber ja, ich weiß es nicht, ob er vielleicht jetzt trotzdem noch mal die eine Chance bekommt und wenn das dann nicht klappt, dann kann man ja immer noch Touré oder Durm einwechseln und sagen, ja, wobei, dann kann es schon zu spät sein und man liegt halt hinten. So, das ist halt das Problem. Ich, ich tue mich schwer, ich weiß es nicht. Das wäre jetzt halt nur noch mal mein Gedanke gewesen. Eigentlich, ich bin jetzt auch nicht, ich hätte eigentlich Dacosta auch rausgenommen, tue mich jetzt ein bisschen schwer, weil halt eben bei Mainz der Gegner ist, vielleicht ist das auch zu, vielleicht lege ich zu großen Wert drauf, wer jetzt der Gegner ist da. Aber ist das vielleicht nicht sogar ein Argument dagegen? Also ich muss tatsächlich sagen, so wie Dacosta vielleicht die Schwächen in Anführungszeichen von Mainz kennt, weiß auch Mainz natürlich genau, was Dacosta überfordert und das wissen, glaube ich, viele. Dafür musst du wahrscheinlich nicht mal Mainz sein oder den in deinem Kader gehabt haben. Nein, also weiß ich nicht, keine Ahnung, ich hätte, das wäre eher sogar ein Grund gewesen, wo ich gesagt hätte, oh, alter Klub, klar, bist du vielleicht motiviert. Auf der anderen Seite, an der Motivation hat Dacosta, glaube ich, gar nicht so gefehlt, sondern es ist eher diese Konzentrationsfehler, individuelle Fehler und das kann ich mir sogar vorstellen, dass das dann, wenn der da hektisch ist oder dann die Spieler auch noch ein bisschen ihn auch noch mehr angehen, dass da noch mehr Fehler passieren. Also ich wäre, ich würde ihm einfach mal bis ins nächste Jahr und das ist ja hier zum Glück das Spiel, genau, mal eine Pause geben. Aber ich kann eure Argumentation und insbesondere auch Patrizia, was du sagst, mit all der Verein und vielleicht Motivation und so weiter, gehe ich auch voll mit. Ich kann es auch nicht verstehen, dass Duum gar nicht, gar keine Rolle mehr spielt, weil er in vielen Fällen für mich der Stabilste auf der Seite war, gerade, ja, jetzt war Schendler sehr nah dran, Touré in den Kader mit reingerückt und sogar mal gespielt. Also ich finde, es bleibt spannend, auf jeden Fall, wer da am Ende steht. Ich würde mir aber tatsächlich fast wünschen, dass Duum mal wieder eine Chance bekommt, aber wie gesagt, ich gehe auch mit der Koster. Ihr wart ja jetzt beide bei Duum, also eigentlich habt ihr mich sowieso schon, egal was ich gesagt hätte, überstimmt. Von daher halte ich mich da einfach raus und ihr stellt die rechte Seite auf und damit herzlichen Glückwunsch an Erik Duum, bei uns bist du aufgestellt. Sehr gut, sehr gut, machen wir es so weit. Ja, war ja auch solide eigentlich immer, deswegen, ich frage mich auch, was da los ist, ob der irgendwie, ja, so einen Rückschritt gemacht hat, oder ob die anderen einen Fortschritt gemacht haben, I don't know, ich werde es wahrscheinlich jetzt auch ausbinden, aber. Aber das ging bei den anderen auch nicht wirklich, also so viele gute Bälle, Chandler war da wirklich noch der, wo du sagst, ach der mit mal einen langen Lauf und mal einen Ball rein oder da Koster auch gegen Leverkusen, die hat es angesprochen, wie lange habe ich schon niemanden mehr an der Grundlinie zum Flanken gesehen auf der rechten Seite und auf einmal läuft da Koster an die Grundlinie bis runter und haut das Ding da rein, ist natürlich was, ich lasse mich gerne überraschen, aber gut, dann bei uns steht jetzt Erik Durm erstmal auf der Liste und vielleicht wird ja auch noch der ein oder andere eingewechselt am kommenden Samstag. Sehr wahrscheinlich sogar. So, und dann ist jetzt die Frage nach der Offensive und der Frage, same procedure as last match day, wieder Kamada, Lindström, Boree oder möchtest du was tauschen, Patricia? Nö, ich bin damit zufrieden. Mir gefallen alle drei aktuell sehr gut, deswegen. Ja, auch so im Zusammenspiel. Ja. Ja. Kamada haben wir gelernt, trifft nur unter der Woche, aber genau. Ist okay, kann ich mit leben. die Vorlage macht oder gute Pässe oder was auch immer. Ist das auch in Ordnung, der Kaya Lindström treffen oder Boree, Boree trifft ja jetzt auch. Also wenn ich es mir wünschen kann, dann hätte ich gerne, also entweder macht Lindström die Vorlage und Boree trifft oder andersrum, weil wegen meiner Kick-Base-Mannschaft. Dann habe ich Scorer vorbereitet. Darauf müssen wir jetzt auch noch Rücksicht nehmen. Da müssen wir auch definitiv Rücksicht drauf nehmen. Ja, harter Rückschlag mit Jakic jetzt, kenne ich aus meinem Team. Oh ja, hart, hart. Aber mein Team ist sowieso durcheinander. Also mein Team hat genau fünf Spieler, die aktuell spielbereit sind oder halt eben nicht verletzt. Also das wird am Wochenende ein wilder Ritt mit fünf Spielern, wovon einer ein Torwart ist. Ja, ich habe auch einige Verletzte und wir haben bei uns in der Kick-Base-Liga die Regel, dass man nur 14 Spieler in der Mannschaft haben kann. Also ich habe auch nicht so viel Auswahl zum Wechseln. Ich habe nur zwölf Spieler insgesamt. Und einer davon ist irgendwie irgendein 500.000-Euro-Spieler, der sowieso nie irgendwo zum Zug kommt, der nur für den größten Notfall da ist, um irgendeine Lücke zu füllen. Also ja, ist wild gerade, aber soll uns nicht davon abhalten. So ein bisschen die Hoffnung, dass Jakic dann doch noch aufläuft. Ich glaube, wenn er irgendeine Möglichkeit und halbwegs fit ist, dann wird er das noch tun. Ja. Ich glaube, ich habe aber irgendwo leider gelesen gehabt, dass die Wahrscheinlichkeit doch nicht so groß ist. Ja. Ansonsten, ich habe auch noch Erik Durm in meiner Mannschaft, also von daher, vielleicht habe ich damit wenigstens Glück. Gut, dann haben wir eine Aufstellung und eine nicht so ganz voll besetzte Abwehrbank wahrscheinlich, weil da wird der ein oder andere dann ja auch rausfallen. Aber ich glaube, der Kader ist relativ voll, da wird wird aufgefüllt, das passt schon. Also ich muss sagen, es wird aber trotzdem, wie er sagt, es wird spannend, denn hier müssen jetzt manche liefern. Ein Rode muss zeigen, dass er auch mal wieder nicht nur für 20 Minuten Vollgas geben kann, sondern muss seine Kräfte ein bisschen einteilen. Ja, aber das hat er doch am Wochenende jetzt schon. Also so wie ich den Trainer verstanden habe, hat er ihm ja bei der Einwechslung schon gesagt, so ey, wenn es nicht mehr geht, sagst du Bescheid und dann nehmen wir dich wieder raus, weil sie alle davon ausgegangen sind, dass er auch keine 70 Minuten schafft. und dann hat er es trotzdem durchgezogen und ist gelaufen. Also solide, wenn er einen guten Tag hat und will, läuft er auch. Ja, der Körper muss können, ich glaube, es liegt bei ihm ja nie am Wollen, sondern er geht wirklich noch was, er gibt ja wirklich das letzte Hemd und er weiß auch, dass das jetzt erst mal das letzte Spiel ist. Nein, ich denke, da werden alle noch mal alles geben, aber es ist trotzdem was, es ist schade, dass wir jetzt nicht noch mal mit derselben Aufstellung einfach auflaufen können, weil das hätte mir wirklich gefallen, hättest du jetzt so ein bisschen Rhythmus, das gibt allen ein gutes Gefühl, alle haben sich, man hatte ja wirklich das Gefühl, auch wenn wir da nach kurzer Zeit in Rückstand geraten sind gegen Gladbach, ist es trotzdem was, du kannst in einer gewissen Stabilität, vorne haben wir auf jeden Fall, das habt ihr schon gesagt, vorne war es wichtig, dass die Offensive auf jeden Fall so wieder agieren kann und dann hoffe ich mal auch, dass das mit einem, ja im Idealfall sogar drei Punkten belohnt wird dann. Das kannst du jetzt genauer vertiefen, indem du sagst, was du tippst. Okay, also mein Tipp ist tatsächlich, lass mich überlegen, ein 3-1 für die Eintracht. Tennis sagt 3-1, Patricia, was sagst du denn? Ich sag, wir spielen nochmal 3-2, aber die Eintracht gewinnt natürlich. Ich sag 2-1. Oh, der Klassiker. Gegen Mainz. Ja, die Abwehr, ihr habt da gut, dass du das nochmal rausgesucht hattest. Ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm, dass die so stabil da hinten drin stehen. Naja. Müssen wir auf jeden Fall gut zielen. So, bitte, äh, aus der zweiten Reihe wieder so ein Ding auspacken. Nochmal, nochmal so ein Ding in Winkel, wäre schon einfach geil. Also, so ist auch gerade so mega geil unterwegs. Entweder macht er geile Vorlagen, oder er schießt halt direkt drauf und macht das Ding rein. also, ich freue mich unwahrscheinlich für den Kerl. Ja, nicht nur, also, ihr habt es vorhin schon angesprochen gehabt, wir können uns doch momentan wirklich in keiner Weise beschweren. Diese Tore, sie sind schön raus, das ist, ja, aber schau es dir an, wirklich. Wir kommen aus einem Bereich, der, ja, eher düster war, nach unten orientiert. Jetzt kommt die Zeit des Aufbäumens. Wir laufen in Richtung, äh, obere Tabellenhälfte, oberes Tabellendrittel, ja sogar mittlerweile. Also, das ist schon der Wahnsinn. Das ist, ich hätte es nicht gedacht, dass wir vor dem Winter nochmal so einen Ruck durch die Mannschaft bekommen und auch mit so schönen Toren belohnt werden. Es ist ja nicht nur, dass das, boah, jetzt hast du hier jedes Spiel gerade so 1-0 irgendwie gewonnen und nur durch Dreterei und so weiter und so fort, sondern tatsächlich wundervolle Tore, auch wirklich wundervoll der Kampf bis Mentalität bis 95., 98. Minute, was weiß ich. Das ist schon was, was mir große Freude macht und jetzt gegen Mainz hoffentlich nicht nochmal ein Dämpfer kommt und dann nehme ich das gerne auch mit ins neue Jahr mit rein. Geht euch hoffentlich genauso, oder? Das finde ich ganz gut, dass selbst wenn das jetzt irgendwie nicht so optimal läuft, man weiß, man hat jetzt noch die englische Woche in den Knochen, man hat wirklich eine große Belastung gehabt, jetzt merkt man auch, ein paar Spieler fallen jetzt so langsam aus und ich glaube, die Winterpause kommt ganz gelegen, man hat jetzt eigentlich gut Aufschwung gehabt, gut aufgeholt auch, sich weiterentwickelt, mannschaftlich, fußballerisch und das sind eigentlich so viele positive Dinge, selbst wenn das Ergebnis jetzt am Wochenende doch nicht so stimmen sollte, glaube ich, werde ich nicht mit ganz schlechter Laune in die Winterpause gehen, sondern mich einfach auf das Positive jetzt aus den letzten Wochen besinnen, weil das war schon echt sehr, sehr gut und natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte wäre es jetzt natürlich noch, wenn man auch gegen Mainz gewinnen kann und nochmal ein gutes Spiel abliefert, wäre natürlich ich das i-Tüpfelchen und schön, aber wenn du die Hinrunde mit einer neun-Punkte-Woche abschließen kannst und dabei halt auch noch so ein geil erkämpftes Spiel wie Leverkusen drin ist, ein zwar am Ende sehr anstrengendes, aber dennoch dann auch für uns zufriedenstellendes Spiel gegen Gladbach und nicht zu vergessen, das Unentschieden in der Euroleague, das heißt, du hast ja auch da diese komische Play-Off-Runde übersprungen, also es wäre halt schon ein sehr, sehr optimaler Ausgang am Ende. Bin ich böse drum, wenn es so kommt, also ich beschwere mich dann da nicht, aber wäre halt schon einfach, also das ist schon nicht mehr irgendwie eine Kirche, da hat schon einer das komplette das komplette Kirchglas draufgekippt. Oder meintest du diese komischen Zuckerkirschen-Dinger da? Hoffentlich nicht. Nee, nee, nee. Nee, nee. Weiß ja nie. Manche Leute sind ja komisch. Ja, gut. Dann noch die Frage an euch, habt ihr noch irgendwas in Richtung Empfehlungen oder gute Taten, die ihr hier erwähnt haben wollt? Ich bin wunschlos glücklich momentan. Okay, gut. Man muss auch nicht, wenn man nicht hatte, dann muss man auch nicht. Dann würde ich sagen, biegen wir auf die Zielgerade an, da weder Marvin noch Basti sind, die mich in meiner Abmoderation unterbrechen könnten, kann ich die wahrscheinlich heute ausnahmsweise mal komplett durchziehen. Das war die vorletzte Folge, wenn alles gut läuft, für die Hinrunde und dann werden wir uns vielleicht in der nächsten Woche so zumindest der Plan nochmal hören, über das Mainz-Spiel sprechen und dann auch ein bisschen Resümee ziehen, wie wir denn so die Hinrunde in Summe fanden und wie das so mit dem neuen Trainer ist und so weiter und so fort. Dazu dann aber in der nächsten Woche mehr. Bis dahin wünschen wir euch erstmal eine schöne Restwoche. Genießt den kommenden Bundesliga-Spieltag. Er ist ja schon in greifbarer Nähe. Dadurch, dass wir heute am Donnerstag aufnehmen, ist er ja schon morgen da. Wir bedanken uns nochmals für die Unterstützung und freuen uns, wenn diese Unterstützung auch im nächsten Jahr weitergehen wird und wenn ihr uns weiterhin empfehlt und euren Freunden vorschlagt und so weiter und so fort und sagen bis dahin macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Outro